Wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu LandfugTV. Der Sendung für Mann, der Sendung für Frau, der Tüter, der Tag, der Landfug Cesaro ist da, da hier heute bei LandfugTV. Ja richtig gehört, der Landfug ist wieder mal nicht in Action bei Smackdown, das ist ja so richtig zum Durchdrehen meine Damen und Herren. Aber dafür kommt der Landfug nach Deutschland 13. November, Leipzig 14. November, Stuttgart meine Damen und Herren. Und der Witz der Woche heißt, was gibt es beim Imker zum Nachtisch? Ja natürlich Bienenstich, in dem Sinne meine Damen und Herren. Der Landfug hat gesprochen.